Noch einen. Oh, wieder Würfel, aber kleiner. Oh, kleiner Betrag nur, ne? Oh, oh ne, ist sogar gut. Oh, das ist richtig gut sogar, ne? 96 mal 8. Boom! 768. Boom! Okay, okay. Da haben wir unser 2000x, Alter. Holy shit. Bowery Boys. Okay. Ja, das ist das Geheimnis. Du musst halt mit diesen Würfeln eine Connection haben. Oh, das war ja anders geil. Wir hatten alles. Schlüssel, Save, Multi, Dollar Symbol und Würfel. Wir hatten einfach alles auf einmal. Nice. Okay. Alter. Okay. 900 Euro. Auf 40 Cent. Ja, fast 2500x. Wir haben sogar noch ein paar Spins. Alter, okay. Jetzt habe ich es gerallt. Jetzt habe ich es gerallt. Ja, das Spiel ist geil. Also der Bonus von dem Spiel ist geil. Die anderen, ja. Okay. Aber nice. Ich habe gar nicht gesehen. Ich habe gesehen, da ist ein Schlüssel. Aber ich wusste nicht, dass wir auch ein Save haben. Ich habe die Multis gesehen, okay. Und das Dollar Symbol. Ich habe darauf gar nicht geachtet. Der Save ist so unscheinbar, weil er so grau ist. Nice. Das wird der neue YouTube-Highlight. Das wird der neue YouTube-Highlight. Viele Malet. Bis zum nächsten Mal. Da ist es so Graf. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.